Die F-35 ist das modernste westliche Kampfflugzeug. Ein Kampfflugzeug der fünften Generation und verfügt über Tarnkappeneigenschaften, vor allem über sehr gute Datenverbindungen und über eine sehr ausgereifte elektronische Kampfführung, die dafür sorgen soll, dass der Jet praktisch den Degner erkennt und bekämpfen kann, bevor man selber erkannt wird. Wir können uns mal ein paar Daten angucken. Startgewicht bis maximal 22 Tonnen ungefähr. Ein Problem ist die Waffenlast hier, circa 8 Tonnen. Aber um die Tarnkappeneigenschaften beizubehalten, müssen die internen Waffenstationen benutzt werden und dann sind es nur noch knapp 2 Tonnen, die der Jet mitnehmen kann. Die Geschwindigkeit ist mal gleich zu anderen Kampfjets auch nicht so extrem hoch. Und das alles sorgt für Kritik. Und wenn man sich den Einsatz bei der amerikanischen Luftwaffe ansieht, dann gab es da 800 Mängel, die man gefunden hat. Und die Einsatzbereitschaft liegt nur circa bei 40 Prozent. Das ist sechsmal so schlecht wie der Rest der amerikanischen Luftwaffe. Und hier in Deutschland hat man die möglichen Probleme, dass es erstens noch keine Zulassung für den Jet geht. Und der Jet soll die nukleare Teilhabe durchführen. Und das ist auf dem rheinland-pfälzischen Stützpunkt Büchel. Und dort ist die Infrastruktur auch noch nicht für diesen Jet ausgelegt. Also da gibt es noch eine Menge Fragen, die geklärt werden müssen. Und der Chef der amerikanischen Luftwaffe hat gesagt, das ist ein Ferrari, den man halt nicht jeden Tag rausholt, um zur Arbeit zu fahren, sondern den man eigentlich nur am Sonntag nutzt. Das beschreibt so ein bisschen das Problem der F-35. Das ist ein Ferrari, das ist ein Ferrari, das ist ein Ferrari.